Musik 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 Kommt der bei dir damit? Nein Oh, bug. Wir haben bug gefunden Wo ist das? Auf dem Dach oder wo ist das? Nee, da ist so eine kleine Öffnung Warte, ich komme wieder zurück Warum hat der sich gebückt? Ja und dann... Ja, was machen wir denn jetzt? Da kommt ja kein Damage. Links davon, wo es brennt, ne? Ja genau, da ist das so eine kleine Öffnung, da rein Soll ich, wenn hier wäre, wäre nur von oben? Der von hier Mal gucken Oh! Ich knappe, ey, dann muss doch Damage bekommen Das ist leer Scheiße Ja, jetzt so, oder? Komm mal raus Vielleicht ist ein Wasser Damage ausgeschaltet Nee, ich komme mit dem Steuer Neue Ja, lauf aus dem Wun Ja Oh nein In den Turm hier mal rein Hä, dann kannst du dich hier einfach da auf K hinstellen und gewinnen Ja Ja Ja, prima Ich würde sagen, man kann ja jetzt eigentlich gewinnen, wenn wir den keinen Damage machen können Oh nein Und jetzt Ne Oh, zwei Enderperlen, Holzschwert und ein Apfel, ich bin so gut wie tot Oh, Chester, ich bin so gut wie tot Oh, Chester, ich bin so gut wie tot So, wir sind dafür genau Du bist von hinten noch nicht Von hinten noch nicht Von hinten noch nicht Von hinten noch nicht Von, ja, stimmt Wo bist du? Ihr, hier, recht von dir Okay Neu, die Blitzen, ne Den Ton zum Glück aus Aber wenn da unten noch keiner war, dann war hier oben auch noch niemand Oh, sie mal hinter, versuch mal Ja, auch immer Was hat man hier gehabt? Ich bin überrasch, dass ich soweit überlebt hab Ah, nee, gar keins Nur noch drei Pfeile Ja, ne Jo, hier ist auch noch Fisch und Pfeile Hier, passen, wo man so Nee Welcher braucht sie zu Pfeile Wo? Nuss musst du Hm Will sie nicht noch mal den Turm gucken? Den Turm? Was? Hier, hier, guck mal Alter ja ja auch immer das zu sehen ich drücke so auf den Knopf gehe rein und äh ja sagen wir zum Spawn vielleicht ist da jetzt jemand paar Leute klatschen und es gab genau auf sich eingeschritten es ist übernacht oder wie weil sie nicht noch mehr schlossen wird der es geht schon haben wir es geht nicht 13 Europa ja wir sind auch zu dritt mit Prozent er ist da drei Klammer zu unter 100 was er die Leute von Prozent der gelaufen sind okay und dann sind wir mal dann wohl ein Ticket dann müssen wir holen ich habe schon alles Gutes ausgehauen also bis es ist ja was er hat da so gut ist um Rüstung was soll so Eisenkettnummer Eisenhelden Diamant so für die Schadenbuch trinken das schon war ich bekomme Menschen was muss lassen und nachher nichts wir haben ein bisschen was wenn ihr was wollt ja dann schickt mal rüber per Mail weil er geht ja gar nicht mehr oder schickt nur per Post Mail oder so das neue Radartei rein ja komm herr komm herr ich schick dir ein bisschen essen wenn man Pilzer brauchen können dann könnte ich auch eine Suppe machen ich habe genügend Schalen da war bei mir vorhin auch so jemand wo ist er denn das Wort weiß die Schuhe und der Sops funktioniert wenn ich was versuche zu schieten und es sind das geht nicht eigentlich Peter Schmerz ja Peter Schmerz nur weil er bei uns nimmt ich war die generell auf dem Server das so die Wachstuhl und hat glaube ich auch der Kieler und wurde einfach nicht mehr zu ohne sich zu vermitteln stürzen wenn man die Kölner in der Nähe ist der Kälte also das ist eine gewohnt mit was hat er gemacht ich werde die Schöne auch gemacht werden wir immer etwas in der Kälte hier sein wir sind nicht verreckt ich werde ich nicht schreiben wo erweilte da ist ein Wollblock und Kisten mit mir die aber nette Idee mit ihm ja ich kann irgendwie so eine Holzbrücke gegangen auf dem Berg gibt's da oben irgendwas wenn ich Glück hab neulig ist hier ganz am Anfang ist noch voll war da drin Schuhe und was zu essen im Parcours gleich nicht dort vor dem Saisen ist worden kommen um 1 und ja ich hab geschrieben wollen wir wieder um Neues sind ja jetzt nur leute geht ab 1 und 2 es ist feige ja ja so kommen so viel Rüstung habe ich ja der hat nichts anderes dabei gehabt also ich hätte gerechnet dass das Server voller ist ja und auch gleich geliebt wenn ich ehrlich bin oh also bei dem eine Ecke äh ja aber wollen wir nicht fair machen weil du hast es an Tränke ist ja voll unfair habe ich nicht das war nun schon ich hab ganz im Internet für den Rüsten aber wollen ja okay was soll ich genauso scheiße viel ähm äh fast alles Eisen außer Schuhe sind gold ich meine ich weiß gar nicht was ich habe von den repumpen und das ist so drei vielen das ist ein ja genau ich habe es auch kommen werdet fällig ich will also fangen wir an eine Möcke zu jahren und er wird den epischen Fall aufnehmen ne wollen wir nicht ne wollen wir nicht aber du bist ein ganz ganz cooler super Prozent oder auch war er ja ich war ja und alle vor er hat auch stehen mit loskommen ich bin im Game alle um mich genauso wo ich habe endlich mal ein Holzspot bekommen Fuku wo bist du er wolle jetzt werden wir haben wir nicht kommen wir gehen anderen Schäden hat die Säure müssen wir jetzt wollen sie haben zu finden und zu zutzen wird so auch um die Brücke bei Sturie ist um was nicht geliebt der sich um er hat er bin ich jetzt gerade an der Brücke Koms von Maritim aber doch ein paar bessere Wachen als ich weil ich hab jetzt gerade nur ein Holzschwerd um und ein paar Pfeile aber ich finde ich hätte zurecht den Schicht morgen wird dort nix er kann in Edmund irgendwie jetzt hier die Arena mal starten weil sie sind 19 Leute die Baustellen ich glaube das war 2 oder 2 Rostmann bloß nicht noch verwendet Prozent 1 bitte mal die einsteigen Dank so Nier und ich versuche jetzt gerade mein Weg zum Spawn ich muss erst mal so hoch und ich auch ein bisschen weiter wir wollen was sagt ihr habt ihr jetzt das doch hier kann man kein damit zu machen aus 20 von diesem Land im Wasser es soll blöd wenn man fragen will ja wo bist du im Dschungel in die Höhe und nur wird auf den Bauern zu nehmen was du willst mir nie das wäre dann so die erste Frage wo ein Haus schon mal ach ich bin jetzt schon eh tot echt warum bis zur nächsten Runde